Ein Zeichen verweist, von der wir hoffen, dass sie nicht wiederkommt, auch nicht anders gearteten oder ähnlich gearteten Ereignissen. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Weiter wieder an der schwarzen Bau. Weiter wieder an der schwarzen Bau von der Coca und dem Pfefferwitz. Diesmal sind es sieben-Johen-Mädchen auf Matroninett zum Märchenpels. Hüllen sie im Bauch schon die Torpeden, weil die sich in die Hügel steckt. Er rufe und dann stürmt das Fähnlein, gar wie mit ihm das Rad wird. Schüsse fallen nicht, erst wie die Tücher über'n gelben Räumen am Schachtzwein. An der stillgeregten Züche trauen sie wie junge Mädchen nach Vorwein. Da ist sieben-Johen-Mädchen und Makulan, alle schwarzen Bauern halten davor. Und dann schümmert er eine Torpeden, zur Attacke auf das Zentrum. Und dahinter standen hundert Kumpel, ohne Waffen, ihre Färbeln mehr. Und sie sahen laut, um sich ruhig zu machen, als sie das Fähnlein in den Augen retten. Säbel blitzen über'n gelben Räumen am Ulan und schlagen längst mal frei. Späten fehlen erst die schwarzen Schüsse und zwei Kumpel waren pro Tag. Ich sah nur an der schwarzen Mauer, die drei Reiter, einer neuen Kind. Einer nahm ich der Erste und dem Letzten flatterte der Koffer und den Wind. Einer nahm ich der Keimdruck bieten schmettern, aber auf ihn eigenes überwitten Feld. Zwei Granaten feuerte der Panzer, gut getan, dass sich Tor gestimmt. Einer nahm ich der Keimdruck bieten. Einer nahm ich der Leiter, ohne Kopf und Kammer bis Schlacht zweit. Einer nahm ich der Keimdruck bieten. 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 Einer nahm ich der Keimdruck, Vielen Dank.